Ja, hallo Leute, eine kleine, schnelle Ankündigung, so und wieder. Ähm, in Bezug, wie es jetzt auf diesem Kanal weitergeht, und zwar Ciano257LP. Ähm, und zwar habe ich mir folgendes gedacht, ähm, ich habe keinen Nerv mehr für irgendein Projekt momentan, was auf meinem Kanal läuft, aber auch nur momentan. Irgendwann bringe ich sie alle zu Ende, na gut, nicht alle, ähm, aber so in der Art, denn ich brauche gerade mehr was, worauf ich jetzt Lust habe, und, ähm, ja, wenn alles funktioniert, dann werde ich hoffentlich mal auf diesem Kanal Dragon Quest 9 LP, warum ich kenne das Spiel noch nicht, und ich möchte mich mal in, weil ich bin ein sehr großer RPG-Fan, und ich möchte mich mal in anderen Spielen dieses Genres ausprobieren, müsste ein RPG sein, soweit ich weiß. Ähm, und, ähm, wenn ich es hinkriege, Kingdom Hearts 3 Coded, weil es ein Teil von der Kingdom Hearts 3 ist, über den ich noch nichts weiß, sonst weiß ich überhaupt irgendwas, ja, richtig, stimmt, das ist der einzige Teil, von dem ich noch nicht wirklich irgendwas weiß. Ähm, ähm, erstens bin ich übel in Kingdom Hearts Stimmung, und zweitens, äh, Drain Quest 9 interessiert mich gerade momentan mal. Ach, Entschuldigung, ähm, ja, aber es werden keine regelmäßigen Uploads mehr sein, äh, da ich momentan sehr viel um die Ohren habe, aber, ich meine, es stört ja eh niemanden, und, also jedenfalls denke ich das zumindest, und, ähm, ja. Und dann noch eine kleine Sache zum Thema Livestream, äh, ja, mache ich gerne, aber mache ich bisher auch nur so für Freunde, hatte ich jetzt noch nicht so öffentlich angekündigt. Ähm, ja, ich mache zwar eigentlich an sich nur für Freunde, aber wer trotzdem mal vorbeischauen möchte, ich werde als, also meistens die Livestreams, die ich für Freunde mache, stelle ich auf privat, aber beispielsweise Livestream-Projekte, die ich auch nur für Freunde mache, aber wo ihr auch zuschauen könnt, ähm, die könnt ihr auch auf meinem Twitch-Account finden, der ist in meiner Kanalseite verlinkt, ähm, das wäre Divinus, äh, ja, und, ähm, dort werde ich als erstes Livestream-Projekt, ähm, SoulSilver machen. Ich habe nur noch nicht die Premium-Version vom Twitch-Account, die hole ich mir aber auch erst, sollte ich wirklich sehr, sehr oft bei Twitch streamen, das mache ich aber momentan noch nicht. Deshalb mache ich die Demo-Version, da habe ich nicht ganz so viele Scenes, Scenes, ja. Ich glaube, so heißen die Dinger sind, ja, ist Twitch und nicht so eine gute Audio-Qualität, ähm, ja. Aber damit, das dürfte eigentlich so an sich reichen für, ähm, SoulSilver, deshalb werde ich dieses Spiel als Livestream-Projekt LPen. Wenn ihr das auch sehen wollt, dann könnt ihr ja mal auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen und, ja. Ach, okay, das war's dann soweit von mir heute, also, ja, mehr hatte ich jetzt nicht anzukündigen. Außerdem war ich noch krank in den letzten Tagen. Dubdidubdidu. Na dann, ciao.